Schönen guten Abend und willkommen zu Lotto am Samstag, wie immer natürlich live aus Saarbrücken. Ja und es ist die letzte Lottoziehung im März und das erste Quartal ist somit 2014 vorbei. Und bei uns gibt es heute neben frischen Lottozahlen auch ein paar Quartalszahlen. Zuerst gucken wir natürlich auf Lottokugeln und Ziehungsgeräte und die sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Es heißt, wir können beginnen. Ihnen allen jetzt viel Glück. Ja, 860.000 Euro, so viel Geld gab es für den einzigen Spieler am Mittwoch, der sechs Richtige hatte. Allerdings fehlte bei ihm die passende Superzahl. Somit warten heute bei uns im Jackpot rund 4 Millionen Euro. Und hier kommt schon Zahl Nummer 1. Und es ist die 24. Ja und im Spiel 77 gab es zwei Gewinner. Jeweils 177.777 Euro gehen nach Baden-Württemberg und nach Niedersachsen. Und weiter geht's mit der 20. Und in der Zusatzlotterie Super 6 freut sich ein Bayer über 100.000 Euro. Und Sie haben es schon bemerkt, am Mittwoch gab es keinen einzigen Millionär. Vielleicht heute. Hier die dritte Zahl. Und es ist die 11. Ja, ziehen wir also mal eine kleine Bilanz. Das erste Quartal ist ja vorbei und wir beglückwünschen insgesamt 18 neue klassische Lottomillionäre. Das sind zehn mehr als im letzten Jahr. Und die nächste Zahl ist die 8. Und dazu kommen dann noch neun Millionäre aus der Zusatzlotterie Spiel 77. Und da waren es im letzten Jahr vier. Also auch da geht die Kurve nach oben. Und die vorletzte Zahl. Die 7. Und einen Jackpot gab es natürlich einem höchsten im letzten Jahr mit rund 27 Millionen Euro. Den gilt es also noch zu knacken dieses Jahr. Wir waren ja ganz nah dran mit, ich glaube, rund 26,9 Millionen Euro. Und hier die letzte Zahl für heute, die 5. So, hier nochmals der Blick auf die eben gezogenen sechs Richtigen. Und bei uns geht es jetzt sofort weiter mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke noch mal die Daumen. Viel Glück! Ja, insgesamt haben wir heute 27 Millionen Euro in der Ausspielung. Und wie schon erwähnt, rund 4 Millionen Euro warten im Jackpot. Also auch der steigt so langsam wieder an. Und die Superzahl heute ist die 1. So, und jetzt gibt es noch mal die Möglichkeit zum Vergleichen. Hier sind nochmals alle Zahlen von heute in der Übersicht. 5, 7, 8, 11, 20, 24 und die Superzahl 1. Und nur noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits über dem Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Wir beginnen mit Spiel 77, 7, 7, 9, 6, 1, 8, 3 und Super 6, 5, 9, 2, 4, 1, 9. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. So, und mit diesen Zahlen möchte ich mich für heute verabschieden. Alles zur heutigen Ziehung finden Sie natürlich wie immer auf lotto.de. Also Quoten, Gewinnzahlen und auch diese Sendung hier nochmals zum Nachschauen. Weiter geht's am Mittwoch, dann 2 Stunden früher, aber trotzdem um 18.25 Uhr, weil wir stellen heute Nacht ja wieder die Uhr um, also die Sommerzeit beginnt. Wir stellen die Uhr von 2 auf 3 Uhr eine Stunde vor. Also das nicht vergessen. Und noch ein Hinweis auf den Euro-Jackpot. Der steht am Freitag, nämlich bei sage und schreibe 56 Millionen Euro. So hoch war ein Jackpot in Deutschland noch nie. Also da lohnt es sich auch mitzuspielen. Das war es also von uns. Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.